Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zu unserem heutigen Lunch-Update begrüßen. Zinsen, Inflation und Gold, so das Thema des heutigen Tages. Der Goldpreis natürlich aktuell in aller Munde. Auf der einen Seite passt es zu den geopolitischen Problemen und Krisenherden, die wir alle aktuell minütlich in den Medien präsentiert bekommen. Auf der anderen Seite sehen wir, dass nicht alle Kapitalmarktpreise sich so verhalten, wie man es erwarten würde. Und wir wollen uns die verschiedenen Daten und Fakten kurz anschauen. Die Online-Konferenz wird natürlich aufgezeichnet und Ihnen im Nachgang zur Verfügung gestellt. Wir schauen uns kurz die Marktbewegungen an. Danach mit dem Fokus auf den Goldpreis. Was könnten verschiedene Erklärungsansätze sein? Und natürlich das Thema Inflation und Zinsen. An dieser Stelle ein elementarer Teil, wenn wir über Edelmetallpreise sprechen. Wir schauen zunächst auf die Marktentwicklung. Sie sehen in Grau die Entwicklung seit Jahresbeginn. Der MSCI World im US-Dollar gerechnet 4,63%. Sie sehen in Blau jeweils die Balken für die vergangenen vier Wochen. Da sehen Sie eben Bewegungen nach unten gerichtet. Also das Thema Risiko-Aversion deutlich sichtbar. Und die glänzende Anlageklasse im wortwörtlichen Sinne. Hier natürlich Gold im US-Dollar berechnet. Seit Jahresbeginn 15,5%. In den letzten vier Wochen 10,4%. Und wenn Sie dann noch hier ganz rechts am Rand schauen. Die Entwicklung des Euros gegenüber dem US-Dollar. Dann sehen wir eine Abwertung des Euros gegenüber dem Dollar. Das heißt, aus der Perspektive eines in Euro denkenden Anlegers kommt zur Entwicklung des Goldpreises noch die Währungsentwicklung positiv hinzu. An dieser Stelle merken Sie schon, das ist ein bisschen ungewöhnlich. Weil normalerweise sind der Goldpreis und der Dollarwechselkurs eher gegensätzlich im Verhalten. Also sprich normalerweise schwächerer Dollar, stärkeres Gold. Aktuell sehen wir, die Situation ist umgekehrt. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein ungewöhnlicher Punkt. Warum das so ist, dem versuchen wir uns gleich zu nähern. Dann die Rohstoffpreise. Auch die noch einmal mitgebracht. Sie sehen Entwicklung auch in Grau seit Jahresbeginn. 13,4%. Die letzten Wochen, also sprich trotz der Eskalation, trotz der Diskussionen im Nahen und im Mittleren Osten. Hier sehen wir die Bewegung. In den letzten vier Wochen war gar nicht mehr so extrem stark, sondern die Entwicklung ist schon etwas länger. Und wo wir Gegenwind haben, das sehen Sie hier bei den Anleiheindizes. Einmal auf globaler Ebene im US-Dollar kalkuliert. Einmal für den Euro-Raum, für auf Euro denominierte Anleihen. Und da sehen wir eben Gegenwind, Stichwort steigende Renditen. Pauschal gesprochen kann man sagen, die Staatsanleihen haben mit dem größten Gegenwind zu kämpfen. Und Unternehmensanleihen, die ja auch noch Konjunktur- und aktienähnliche Risikokomponenten beinhalten, die haben etwas weniger Gegenwind. Also vereinfacht gesprochen, je höher das Risiko in den Anleihen oder desto aktienähnlicher die Struktur, desto besser die relative Wertentwicklung zu den sicheren Staatsanleihen. Also das ist die Kapitalmarktentwicklung. Und hier natürlich noch mehr der Goldpreis im Zeitablauf dargestellt. Zum einen im Dollarkurs dargestellt. Sie sehen das im Dunkelblau und im Türkis noch einmal den Euro-Raum. Wir sehen entsprechend auch diese Kerze nach oben in der jüngeren Vergangenheit. Wir sehen also auch, wir hatten eigentlich eine längere Seitwärtsphase. Auch mal, wenn Sie das jetzt noch mal verlängern würden, dann ist bei Golf-Gold längere Zeit eigentlich nicht so richtig viel passiert. Und jetzt eben diese starke Bewegung, die durchaus ungewöhnlich ist, weil wir haben es angesprochen, zumindest im Dollar würde man eigentlich erwarten, dass eine Dollar-Stärke gegen steigendes Gold spricht. Und auch andere Themen, die sind ein bisschen ungewöhnlich. Und zunächst noch mal hier das Thema Volatilität am Aktienmarkt mitgebracht. Also wir sehen, dass das Thema Risiko-Aversion hier dargestellt durch die eingepreisten Schwankungswerte, die man aus Optionspreisen ableiten kann, die sogenannte implizite Volatilität. Da sehen wir eben auch, dass die jüngsten Anstiege eben dazu geführt haben, dass wir die sehr niedrige Volatilität der letzten zwölf Monate nun überschritten haben, aber immer noch ein Volatilitätsniveau haben, was jetzt nicht besonders spektakulär hoch ist. Nichtsdestotrotz, von niedrigem Niveau ging es nach oben. Und wenn man nicht nur auf den Aktienmarkt schaut, sondern auf verschiedene andere Bereiche und versucht, daraus eine Art Risiko-Aversion abzuleiten, dann sehen Sie das hier gut dargestellt. Die Risiko-Aversion war sehr, sehr niedrig. Und jetzt sehen wir eben, die Verunsicherung ist etwas angestiegen, aber immer noch auf ein, naja, eher moderates Niveau. Aber wie gesagt, die Bewegung doch deutlich von dem niedrigen Level, was wir gesehen haben. Also sprich, absolut gesehen momentan alles im grünen Bereich, aber die relative Bewegung, die ist natürlich durchaus bemerkenswert. Also das würde eigentlich dazu passen, dass man sagt, steigende Risiko-Aversion führt natürlich auch zu einem steigenden Goldpreis. Also das ist im Gegensatz zu der Dollarstärke kein Widerspruch, sondern durchaus plausibel, weil Gold hat ja typischerweise den Charakter des sogenannten Safe Havens, eben des sicheren Hafens. Was auch noch gut zur Entwicklung passt von der Plausibilität, Sie sehen ja den Abgleich der erwarteten Inflationsdaten mit den eingetretenen Inflationsdaten. Das heißt, man versucht eine Überraschung zu definieren, was hat der Konsens erwartet und was ist in der Realität eingetreten. Und da sehen Sie eben auch, das ist in dunkelblau dargestellt für die USA. Und da sehen Sie eben auch, dass wir natürlich diese deutlichen Inflationsüberraschungen natürlich auch dann hatten im Nachgang zu allem, was mit Corona, der Pandemie, den verschiedenen Maßnahmen, fiskal, politisch, aber natürlich auch geldpolitisch, den Lockdowns und Ähnlichem zu tun hatte. Dann natürlich in Europa, klar, auch das Thema natürlich rund um den Ukraine-Krieg. Aber jetzt sehen Sie eben auch diese Inflationserwartungskomponente auf leichtem Niveau eben nach oben. Und das ist eben auch ein schöner Indikator, der zeigt, dass die Marktüberraschungen sich insbesondere im Vergleich zu dem vierten Quartal 2023 deutlich verändert haben. Kurz gesagt, man sieht das hier, die letzte Meile ist die schwierigste. Hier ein schöner Indikator der Atlanta Fed. Da zerlegt man mal die Konsumentenpreise und sagt, was ist eigentlich eher sticky, also was bewegt sich nicht so stark, wo haben wir vielleicht auch mehr Flexibilität. Und da sehen Sie eben diese fixe Reiskomponente in dunkelblau. Da sehen Sie eben, die ist momentan immer noch auf einem relativ hohen Niveau, deutlich höher als vor dem Inflationsanstieg. Und auch die variable Komponente geht ein bisschen nach oben. Also alles in allem höhere Inflation, als man das erwartet hat, passend zu den durchaus guten Wirtschaftsdaten in den USA. Der Arbeitsmarkt mit 3,8 Prozent Arbeitslosenquote, nach den offiziellen Statistiken in einem sehr guten Verhältnis. Man sieht andererseits, dass die Löhne steigen. Wir sehen Reallohnzuwächse bei den Arbeitnehmern, zumindest nach vorne gerichtet. Auf der anderen Seite sieht man aber auch insgesamt, dass dieser fiskalpolitische Impuls, also die steigende Verschuldung in den USA, um natürlich hier den Inflation Protection Act, den CHIPS Act, also viele Themen, wo ja die US-Regierung Geld ausgibt, um verschiedene Zwecke zu verfolgen. Das macht sich natürlich bemerkbar, dass dieses Defizit von 6, 7 Prozent, das wirkt natürlich stimulierend für die Wirtschaft und erklärt wahrscheinlich auch, warum die US-Wirtschaft sich deutlich besser präsentiert, als die Wirtschaft in vielen anderen Teilen der Welt. Man hat eben dafür, dass die Wirtschaft solide läuft, relativ hohe fiskalpolitische Impulse. Also etwas, was die Regierung Biden durchaus von der Regierung Trump übernommen hat. Auch damals hat ja Donald Trump eine Wirtschaft zusätzlich stimuliert mit Steuersenkungen und Ähnlichem, obwohl die Wirtschaft ganz ordentlich gelaufen ist. Und von daher kann man sagen, die Geldpolitik bremst, steigende Zinsen, Reduktion der Notenbankbilanz, aber die Fiskalpolitik, die steht auf dem Gaspedal und das sind natürlich Effekte, die wir sehen. Die Wirtschaft läuft nach den Daten sehr ordentlich, trotzdem sind die Zinsen deutlich gestiegen und da sieht man eben diesen Widerspruch, also ganz anders als in der Corona-Phase. Damals hat der Staat sich verschuldet, hat Wirtschaft oder Geld in die private Wirtschaft hineingepumpt und die Notenbank hat diese Anleihen, diese Verschuldung zu sehr niedrigen Renditen gekauft. Also ein gleichgewichtetes Handeln. Jetzt sehen wir ein gegensätzliches Handeln. Die Geldpolitik versucht eher zu bremsen, die Fiskalpolitik ist eher dabei, die Wirtschaft zu stimulieren. Und deswegen sehen wir momentan auch die Effekte und teilweise auch diese Widersprüche, die momentan da sind. Alles in allem muss man sagen, hier mal dargestellt, die US-Kerninflationsrate in Orange 3,8%. Sie wissen, das ist die Inflationsrate, bei der die volatilen, die schwankungsreichen Segmente rausgerechnet werden, weil man das eher als strukturelles Thema sieht. Deswegen die US-Inflation niedriger, 3,48% als die Kerninflationsrate. Aber Sie sehen, die Leitzinsen im oberen Band, 5,5% in Türkis, die sind oberhalb beider Inflationsrate. Und das heißt, auf der einen Seite, bezogen auf die Inflationsrate, könnte man sagen, naja gut, wir sind zwar nicht bei den 2%, aber die sind vielleicht auch gar nicht mehr zeitgemäß für die aktuelle Situation. Das heißt, man könnte die Zinsen eigentlich senken, weil die Zinsen sind oberhalb der Inflationsrate. Aber offensichtlich ist die Geldpolitik nicht bremsend genug um diese fiskalpolitischen Impulse, plus vielleicht auch die Mentalität der Menschen, die sagen, naja, wir hatten Corona, Pandemie, ich möchte jetzt eben reisen, ich möchte mein Geld ausgeben, ich will nicht mehr in Dinge investieren, sondern in Erlebnisse und Ähnliches. Dass das eben dazu führt, dass eben die Nachfrage in der Wirtschaft hoch genug ist und dass eben dieser Widerspruch zwischen Geld und Fiskalpolitik momentan ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Von daher muss man sagen, man könnte eigentlich auf Basis der Inflationsraten sagen, naja gut, nehmen wir den Leitzins mal ein bisschen runter. Das kann man aber nicht, eben aufgrund der für die Situation zu starken wirtschaftlichen Daten und auch auf Basis der allgemeinen finanziellen Rahmenbedingungen, die eigentlich zu locker sind für die straffe Geldpolitik. Von daher auch das ein Punkt, den man momentan betrachtet. Es gibt, das ist ein bisschen komplexer. Letztendlich geht es auch um ein, vor allem versprochen, ein Konto, das die US-Regierung bei der US-Notenbank hält. Das sehen Sie in den Verlauf in Billionen US-Dollar dargestellt in gelb. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn dort Gelder liegen, da haben Sie noch die sogenannte Tax-Season, wenn dort Gelder liegen, und das sehen Sie in dem Anstieg, die abgerufen werden können, dann bedeutet das nichts anderes, als Sie, dass Sie eine zusätzliche Liquiditätsversorgung, sehr vereinfacht formuliert jetzt, für die Wirtschaft haben. Das heißt, obwohl die Wirtschaft solide läuft, könnten wir eine weitere Liquiditätsinjektion haben. Und das würde natürlich die Wirtschaft stärken. Das würde die Nachfrage natürlich auch begünstigen. Gleichbleibende Nachfrage hat natürlich wieder den Effekt, dass die Inflation nicht so schnell zurückkommt. Und von daher ist das noch ein sehr schönes Beispiel dafür, wie diese wiederlaufenden Effekte aktuell sind, zwischen der Geldpolitik auf der einen Seite und der Fiskalpolitik auf der anderen Seite. Und auch dieser Liquiditätsimpuls, das wäre etwas, was man positiv für den Goldpreis verbuchen könnte, weil natürlich Liquidität erstmal positiv für Vermögenspreise im Allgemeinen aufgefasst werden kann. Was dann allerdings wieder ungewöhnlich ist, Sie sehen es im oberen Chart dargestellt, hier die Rendite, 5-jährige US-Staatsanleihen, Sie sehen auf dem Weg nach oben, 4,7 Prozent, also das Thema Zinssenkungen und die Anzahl hat sich doch sehr deutlich verändert, aber viel interessanter aus der jetzigen Perspektive sind die Inflationserwartungen und die sehen Sie eben in blau. Und wenn Sie das mal voneinander subtrahieren, also nominelle Rendite abzüglich der Inflationserwartungen, hier abgeleitet aus den inflationsgeschützten US-Staatsanleihen, dann kommen Sie zu einem errechneten Realzins und da sehen Sie mal, dieser Realzins, der war ja mal im Nachgang und mit Corona negativ, also hat man ja auch gesagt, Tina, there is no alternative, also ab in den Aktienmarkt, ab in die Immobilien und auch eigentlich ab in Gold, aber wir haben gesehen, Gold in dieser Phase auch tendenziell eher geschwächelt, besonders in der Phase der hohen Inflationsüberraschung. Jetzt sehen wir, die Realzinsen sind gestiegen, wenn man diese Inflationserwartungen zugrunde liegt. Das heißt, was untypisch ist, dass der Goldpreis eine derartige Stärke zeigt, obwohl die Realzinsen steigen. Und Sie merken schon, ähnlich wie bei dem Widerspruch Geldpolitik und Fiskalpolitik in den USA, sehen wir auch beim Goldpreis diese unterschiedlichen Themen. Wir haben einerseits eine Dollarstärke, die spricht gegen steigendes Gold. Wir sehen steigenden US-Realzins, spricht eigentlich gegen den Goldpreis. Wir sehen steigende nominelle Renditen, spricht auch gegen das zinslose Gold. Auf der anderen Seite sehen wir geopolitische Spannungen, die für den Goldpreis sprechen. Oder vielleicht der Goldpreis auch als Indikator, der eindeutig sagt, wir sehen diesen Widerspruch zwischen Geld und Fiskalpolitik. Wir sehen die steigende Verschuldung in den USA. Vielleicht glauben wir, dass Gold besser in Zukunft diversifiziert als beispielsweise Staatsanleihen. Das könnte eine Begründung sein. Ob das die richtige Begründung ist, das kann Ihnen leider niemand im Vorhinein genau definieren. Aber es sind die Faktoren, die in diese Diskussion einbezogen werden müssen. Und dann gilt es natürlich hier abzuwägen. Grundsätzlich, Sie kennen unsere Meinung, physisches Gold ist ein elementarer Teil der Vermögensstruktur, der sogenannten strategischen Vermögensstruktur. Und dann gilt es abzuwägen in der Kombination mit allen anderen Vermögenswerten. Wie viel Gold will ich noch on top haben? Also habe ich beispielsweise schon Aktien global, die auch wiederum im Dollar notieren. Aktien sind Sachwerte, können Margen tendenziell auch steigern. Dann brauche ich weniger Gold, als wenn ich vielleicht nur in Anleihen oder in Geldmarkt, Tagesgeldanlagen oder Lebensversicherungen mit klassischen Deckungsstrukturen investiert bin. Die passende Goldquote ist für jede Vermögensstruktur, für jeden Geschmack etwas anders. These aber natürlich strategisch. 5% gehören in jedes Portfolio hinein. Gegebenenfalls eben ergänzt durch Silber. Aber Silber wieder ganz andere Komponenten, was den Einflussfaktor betrifft. Eine Mischung aus Edelmetall und Industriemetall. Weniger monetäre Komponente als beim Gold. Von daher, das gilt es zu berücksichtigen. Noch dazu on top sehen wir aktuell, dass ja Notenbanken durchaus mal Bestände aufbauen. Das heißt, Notenbanken bauen Bestände auf. Goldgedeckte Wertpapiere, die börsennotiert sind, bauen Bestände ab. Also auch da wieder sehen Sie einen Widerspruch. Wenn wir noch über das Gold hinausgehen und betrachten uns den breiten Rohstoffindex, dann sehen Sie hier eine nach oben gerichtete Entwicklung. Das ist auch bereits ein Thema gewesen, bevor wir die Eskalation im Nahen und Mittleren Osten gesehen haben. Also das Thema begann schon früher. Das spricht ja eigentlich für eine globale Wirtschaft, die sich erholt. Das mag besonders aus deutscher Perspektive, wir sind ja momentan der Wachstumsverlierer, aber auch aus europäischer Perspektive irgendwie merkwürdig klingen. Aber es gibt durchaus Indikatoren, die sagen, die globale Nachfrage ist doch eben offensichtlich abgebildet durch die Preise höher, als man das erwartet hat. Und wenn man das zusammennimmt, steigende Rohstoffpreise und ein schwächerer Euro gegenüber dem Dollar, weil eben natürlich Rohstoffpreise werden im Dollar abgerechnet, in der Eurozone werden die Zinsen wahrscheinlich früher gesenkt als im Dollarraum. Also ist der Dollar natürlich auch fundamental attraktiver. Das heißt, der sogenannte Safehaven, sichere Hafen-Dollar, bekommt natürlich auch nochmal neben seiner Komponente als Fluchthafen, hohe Liquidität und ähnliches, diese Zusatzkomponente des Zinsvorteils gegenüber anderen Währungsräumen. Das sieht man natürlich gegenüber dem Euro, das sieht man aber natürlich auch gegenüber den aufstrebenden Volkswirtschaften. Und vielleicht lesen Sie bald wieder in der Zeitung, der Dollar ist zwar unsere Währung, aber euer Problem. Also diese Schlagzeile könnte ich mir erwarten. Aus der Euro-Perspektive muss man allerdings sagen, auch aus Sicht der Europäischen Zentralbank, wir wissen, die Geldpolitik kann die Rohstoffpreise nicht beeinflussen. Die EZB natürlich nun perspektivisch im Zielkonflikt. Zinsen runternehmen, schwächt den Euro. Schwächerer Euro macht den Rohstoff- und Importpreis, ist das Import teurer. Also das Thema steigende Importpreise, haben wir dann Beitrag zur Inflation. Und auch die Inflation in der Eurozone ist ja oberhalb der Zielgröße, die sich die Europäische Zentralbank selbst definiert. Von daher, an der Ladentheke können wir nicht alles selbst beeinflussen, aber als Anleger kann man sein Vermögen natürlich global allokieren. Und Sie wissen auch, dass unsere Meinung, unabhängig von dem Krieg, den wir nun in Europa sehen, die Botschaft muss immer sein, Vermögen global verteilen. Sie selbst wohnen an einem Standort, aber Ihr Vermögen kann global diversifiziert sein und in Abhängigkeit der Vermögenshöhe können Sie Ihr Vermögen natürlich auch noch bei verschiedenen Lagerstellen führen. Das Thema Zinsen auch in der Eurozone nochmal klargemacht. Sie sehen hier vor sechs Monaten, das war diese EuFO, das war diese Thematik, wo laufen wir mit den Zinsen hin. Jetzt sehen Sie aber, wie gesagt, die aktuellen Daten, hier in blau dargestellt. Da sind wir jetzt wieder so in der Mitte zwischen, in grau, das ist ein bisschen komplexer. Vor drei Monaten war man noch auf dem Thema, die Zinsen müssen fallen. Hier mal beispielsweise für die Fünfjährigen dargestellt. Dann hat man gemerkt, nee, nee, das passiert wohl doch nicht so und jetzt hat es sich im Zeitablauf wieder nach oben gesteigert. Das heißt, Sie können auch davon ausgehen, dass die Baufinanzierungszinsen zum Beispiel, die sind ja nicht abhängig von den Leitzinsen, sondern von den Kapitalmarktrenditen. Von daher die Hoffnung, dass fallende Leitzinsen gleichzeitig zu fallenden Baufinanzierungskonditionen führen für 10- und 15-jährige Zinsbindung, die bekommt wahrscheinlich jetzt erstmal wieder einen Dämpfer, was natürlich wieder Ausführungen hat auf die Nachfrage nach Immobilien, wo wir ja momentan eine sehr große Diskrepanz sehen zwischen Angebotspreisen und dem, was der Nachfrager bereit ist, zu bezahlen. Deswegen gegen ein geringes Transaktionsvolumen mit vielfältigen Problemen am Immobilienmarkt. Strategische Perspektive, auch das noch abgerundet, dieses Thema Renditen auf einem hohen Niveau, hier in dunkelblau dargestellt, zum Beispiel auch für die US-Unternehmensanleihen, fünfjähriger Laufzeit, also wo ein Anleger sagen könnte, ich kann Aktien kaufen oder ich kann Unternehmensanleihen kaufen und wenn ich dann vergleiche, die Rendite von Unternehmensanleihen hier mit 5,55% abgebildet und dem umgekehrten Kurs-Gewinn-Verhältnis, was der Gewinnrendite entspricht, dann muss man sagen, dann sind Aktien natürlich heute deutlich anders bewertet als noch vor anderthalb, zwei Jahren, also sie sind deutlich teurer. Das heißt, das ist kein Timing-Instrument, aber für die strategische Perspektive werden immer mehr Anleger überlegen, brauche ich noch so viel Aktienquote oder fahre ich meine Aktienquoten zurück? Das trifft insbesondere natürlich Anleger, die nominell denken, Versicherungen, Pensionskassen, vielleicht auch Stiftungen, die sagen, weniger Aktienquote, mehr Anleihen und das ist auch ein Thema, das man auf dem Zettel haben muss. Also, man kann es dementsprechend, glaube ich, zusammenfassen. Wir sehen nach wie vor, dass der Markt überrascht wird, wie stark die Inflation ist. Auch gleichzeitig hat die Konjunktur positiv überrascht. Dadurch, dass speziell in den USA Defizite genutzt werden, um die Wirtschaft zu stimulieren, plus gegebenenfalls noch Überschussliquidität aus dem öffentlichen Sektor in die private Wirtschaft fließt, sehen wir eben eine hohe Nachfrage. Das führt eben dazu, dass die Inflation nicht so stark zurückkommt. Also bleiben die Zinsen in den USA länger oben. Höhere Zinsen führen zu einem stärkeren Dollar. Ein stärkerer Dollar bei einem gleichzeitig schwächeren Euro bei hohen Rohstoffpreisen hat Konsequenzen für die Inflationsrisiken. In der Eurozone und diese Inflationsrisiken sind wieder ein Thema, was die Europäische Zentralbank auf dem Zettel haben muss und vielleicht, dass wir die Zinsen nicht so stark senken können, wie sie es vielleicht aufgrund der wirtschaftlichen Projektionen tun würde. Und das erklärt auch, warum in den Pressekonferenzen der EZB immer wieder auf das Thema wir sind datenabhängig, wir gucken auf die Daten, die noch kommen bis Juni and so on. Und das führt immer wieder zu den neuen Diskussionen und Interpretationen, die wir haben. Und wie gesagt, bei Gold die Argumente und Themen haben wir uns angeschaut. Von daher, diese Treiber sind momentan intakt. Aber wie gesagt, differenzieren Sie bitte immer zwischen der strategischen Quote und der taktischen Quote. Das sollte man an dieser Stelle nicht vermischen. Ja, meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Wir sind auch ganz gut in der Zeit. 12.26 Uhr. Heute ein eher fokussiertes Thema. Ich darf mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit bedanken. Darf Ihnen einen schönen Mittag wünschen. Wir werden die Aufzeichnung nun beenden. Und wer Fragen stellen möchte, der kann das gerne über die Funktion der Software tun. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund. Bis bald und auf Wiedersehen.